Hey Leute, in diesem Video stelle ich euch die App HeartRate vor. Mit HeartRate könnt ihr messen, wie oft euer Herz in der Minute schlägt. Dazu nehmt ihr euren Zeigefinger und tut ihn hinter die Kameralinse. Jetzt könnt ihr ablesen, ob euer Herzschlagrate pro Minute gut, schlecht oder normal ist. In meinem Fall jetzt normal. Ich fragt euch bestimmt jetzt, wie das Ganze funktioniert. Also, im Finger ist irgendwas drin, dass die Farbe ändert oder so. Wenn ihr das mal abends macht, seht ihr, also im Dunkeln, dann seht ihr, wie sich die Farbe im Finger, also rot, mit dem Kameralicht dahinter. Es wird immer dunkler pro Herz, also DuckDuckDuck wird dann immer dunkler. Und das misst dann die App und dann findet die App heraus, wie oft euer Herz pro Minute steckt. Ihr könnt die App im App Store runterladen. Die Version, die ich jetzt hab, war jetzt kostenlos, aber es gibt noch eine Version, die 9,7 Cent kostet. Und mit der könnt ihr noch ein paar extra Funktionen machen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Out und mit dem Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.